Die 5 besten Box für NAS Wenn Sie einen sicheren und zuverlässigen Datenspeicher brauchen, dann ist der WD MyCloud EX2 Ultra der richtige Anwendungsfall. Dieser Datenspeicher ist mit 8 Terabytes beschafft und bietet Ihnen eine sehr hohe Datensicherheit. Außerdem gibt es ein neues MyCloud OS 5, welches die Bedienung von Computern und NAS-Systemen vereinfacht. Sie können den Datenspeicher auch als flüssiges Streaming-System verwenden, um Ihre Daten über Netzwerk zu speichern. Hier Comprado es de NAS para uso an casa, y no puedo decir que no me haya encantado. La batería es increíble, y el rendimiento es fantástico. Todo este equipo está integrado en una única Unidad, así que no tendrás que preocuparte por cualquiera que cosa. Mi parece una excelente opción para quienes busquen un NAS que cumpla con todas sus expertstativas. Besitzt du einen Computer mit mehreren Festplatten? Dann ist der IC-Box App RD3620SU3 eine perfekte Wahl. Dieses externes Gehäuse kann 2,3,5 Zoll SATA Festplatten mit einem USB 3.0 Anschluss wie eine E-Setter Anschlussdecken Das Gehäuse ist mit einem smarten Lüfter ausgestattet, sodass es dein System angenehm kühlt. Wie Comprado es de I. O. Controller para mi ordenador portatil, y mi ha encantado. Es muy sencillo de usar, y la compatibilidad con las dos portatiles mi ha salvado muchas veces. La potencia es suficiente para todo lo que necesito, y el rendimiento es inmillorable. La rapidez de Restpüster Alponalo en marcha es increíble, y la calidad de los sonidos es fantastica. Estoy muy contento con este producto, y no dudaría en comprarlo otra vez. AVM Fritz Box 7530XY File 6 Router, DSL VDSL 1.0 800 Mbit S, 5 GHz N600 Mbit S, 2,4 GHz, bis zu 300 Mbit S mit VDSL Super Vectoring 35B WLAN Mesh DECT Basis Media Server Geeignet Deutschland Der perfekte Router für Ihr Zuhause Mit seiner Leistung von 1.0 800 Mbit S, 5 GHz, und 600 Mbit S, 2,4 GHz, ist der AVM Fritz Box 7530XY File 6 Router sowohl für DSL als auch für VDSL Verbindungen geeignet Verbindungen geeignet Außerdem bietet er eine hohe Datenübertragungsrate mit 300 Mbit S, was Ihnen die Möglichkeit gibt, Filme und Musik im Internet zu streamen, sowie auf Ihren privaten Medien-Server zu zugreifen. Das integrierte WLAN Mesh ermögeln La Qualität de esta Router Es muy buena, tiene una buena pantalla, una buena interfaz, tiene una gran cantidad de funkiones, es muy fácil de usar Y está designado para que funkione perfectamente a nuestro hogar. La calidad de su sonido es increíble, así que podremos disfrutar de buena música en todo momento. Además, el diseño es muy bonito, está muy bien acabado. Es una buena compra. Wenn Sie Ihre Daten sicher aufbewahren möchten, ist die IC Box RAID eine gute Wahl. Die Festplatten Zubehör Marke IC Box hat einen praktischen Gehäuse Design, das sowohl 2,5 Zoll SSD and HDD als auch einen 2,5 Zoll SATA HDD unterbringen kann. Das Gehäuse ist aus Aluminium gefertigt und verfügt über eine Schnellanschluss Schnittstelle für USB C and USB A sowie USB 3.0 1 Gen 2 10 Gigabit S Es una gran noticia que la gama de productos para ordenadores incluya una versión para ordenadores portatiles. Los usuarios que necas y tengu a dar sus datos en una forma segura pueden elegir esta versión de la IC Box RAID, que ofrece una buena protección contra el rubro. La IC Box RAID es muy ligero y compacto, y se puede usar como una bolsa de regalo perfecta. Además, tiene una gran cantidad de espacio para guardar los discos duros, así que no es ningún problema tener un ordenador portatil al que añadir una buena cantidad de espacio para sus datos. Besuchst du gerne Fernsehen oder Musik auf deinem Computer? Dann ist der AVM Fritz Powerline 1260 1220 WLAN Set genau das Richtige für dich. Es bietet dir die Möglichkeit, dein WLAN an jedes beliebige Zuhause anzuschließen, so dass du jederzeit ungestört dein Programm oder deine Musik hören kannst. Und um dein Netzwerk optimal auszubauen, verwendest du den AVM Fritz Powerline 1260 1220 WLAN Set als Access Point und verbindest dadurch dein Internet Modem mit dem WLAN So hast du sofort Zugriff auf deine Daten und kannst sie gleich auf deinem Computer oder auf einem NAS System verwenden. Hier Comprado Este Producto para Usalo an Una Red Home Office, Why No Mi Ha Defraudado Es una muy buena opción para usar an vuestro hogar, ya que permite conectar nuestro ordenador a Internet a través de una conexión WLAN. Tiene una velocidad muy buena, así que no tendremos problemas en ningún momento con el streaming de nuestros videos o imágenes. Además, esta bastante bien custodiado, ya que cuenta con una garantia de 2 años. Por lo tanto, esta es una muy buena inversión. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!